Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man den Google Chrome Browser bei Windows 10 oder auch am Mac richtig installieren und vor allem auch herunterladen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal muss ich irgendeinen Browser öffnen, in meinem Fall mache ich das Ganze jetzt mit Firefox und anschließend kann ich hier oben in der Adressleiste auch schon www.google.de-chrome eingeben. Und wenn ich das jetzt nämlich suche, dann kommen wir auch schon automatisch zur offiziellen Downloadseite von Google Chrome, was natürlich auch kostenlos ist. Anschließend klicke ich auf den blauen Button Chrome herunterladen, jetzt dauert es kurz und ich kann die Datei nämlich auch schon speichern. Hier klicke ich also auch nochmal drauf, das Ganze wird jetzt automatisch heruntergeladen, das sollte bei mir auch schon geschehen sein. Danach gehe ich mal bei mir in den Explorer, in meine entsprechenden Downloads. Wir können sehen, Chrome Setup.exe, bei Mac heißt es so ähnlich auf jeden Fall. Und wenn ich das Ganze jetzt nämlich auch noch mit Doppelklick bestätige, dann sollte meine Installation auch schon von alleine starten. In meinem Fall muss ich jetzt noch auf Ja bestätigen, auf die Plätze und wir können sehen, es wird auch schon heruntergeladen. Nach circa 30 Sekunden ist der Download auch schon abgeschlossen und Google öffnet sich im Normalfall jetzt auch schon von alleine. Falls du jetzt übrigens auch noch vorhast, dass du Google Chrome als Standardbrowser verwendest, dann einfach mal noch hier unten in der Suchzeile am besten Standard eingeben. Dann kommen nämlich auch schon die Standard-Apps, da klicke ich jetzt einfach mal drauf und anschließend öffnen sich nämlich die Einstellungen. Hier unten können wir Webbrowser sehen, bei mir ist der Google Chrome Browser jetzt auch schon eingestellt. Wenn nicht, also wenn zum Beispiel hier Firefox oder Microsoft Edge noch ist, dann einfach mal einen Linksklick drauf machen. Wir können Google Chrome auswählen und dann ist das Ganze auch schon automatisch gespeichert. Und somit haben wir den Google Chrome Browser bei Windows 10 oder auch bei Mac jetzt schon richtig heruntergeladen. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen noch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.